Musik Komm schon, bau den ersten, weil dann können wir hier die Sachen aufnehmen Das kommt uns schon mal große Vorteile In Sachen Masse für den Moment Dass auch der Commander ein bisschen schneller bauen kann Dass wir möglichst schnell an die SRM-Werfer kommen Deswegen, hopp hopp, Kollege, hopp hopp Das Top braucht echt immer Jahre, bis das fertig ist Ist aber auch in Ordnung Das Schöne ist, die können so gerne angreifen, die sind alle geschützt Bis auf meinen Commander, das wäre vielleicht etwas blöd Na, kriegen wir schon hin Und kaputt Die Reichweite von dem Ding ist auch einwandfrei Achso, das geht ja nur auf den, ist kein Problem So, der erste ist jetzt fertig So Du nimmst die Sachen ein Also, was heißt, du nimmst die Sachen ein? Du holst die einfach mal hier Raus, dass wir ein bisschen mehr Energie haben Äh, ein bisschen mehr Masse haben Er kann von mir aus auch gerne drauf gehen Hauptsache, ich kriege jetzt erstmal ein bisschen Masse dazu Ich hoffe, das funktioniert Na los, nimm's ein Ja, das ist doch schon mal Naja Es bringt jetzt nicht so unglaublich viel, wie ich es erhofft habe Sagen wir es mal so Als Blödes, wir sind hier vom Platz auch so eingegrenzt Aber okay Was willst du machen? Ah, hier brauchst du schon ein bisschen länger Das war scheinbar eine größere Fabrik Aber umso schneller kann er hier jetzt bauen Die Framerate hat sich sogar auf 40 eingependelt Das ist sehr schön Somit können die hier oben auch besser bauen Also wenn im Endeffekt dann erstmal alles gebaut ist Äh, ja, ne? Was haben wir denn hier unten eigentlich? Hier unten ist eigentlich nur Energie Hier unten, dann können wir eigentlich mal vorrücken Hier unten sollen die einfach mal angreifen Bin mal gespannt, was passiert Baust du weiter? Ja Sehr schön So Achso, die beiden Commander bauen hier jetzt weiter Wunderbar Ja, das Ach, das sieht doch schon alles sehr viel schöner aus Genau, Jungs, räumt mal auf Ah, Moment Ihr räumt erstmal die Typen hier weg Die stören mich gerade nämlich ein bisschen So, jetzt könnt ihr hier den Rest wegräumen Easy going Damit schrecken wir dann auch schon mal ein bisschen seine Oh 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 So, So, jetzt können sie sich wieder zurückbewegen Oder unterstützen den Kollegen mal, falls da irgendwer kommt Es wird Zeit für die SRM-Werfer, Kollege Komm, machen wir nur noch zwei Stück, dann Geht's ein bisschen schneller, ach komm, wir lassen's mal bei einem Komm, das brauchen wir gar nicht mehr, wir brauchen ein paar Luftüberlegenheitsjäger So, ihr hilft meinem Commander So, das mit der Masse passt alles soweit schon mal, das ist wunderbar Die Luftüberlegenheitsjäger will ich jetzt machen, damit ich auch Luftangriffe besser abwägen kann Weil vom Land her haben wir nichts zu befürchten Marine wäre vielleicht noch ein Problem, was wir kriegen könnten Aber das hat der hier noch nicht, von daher Alles gut So, das hier geht doch schön schnell Das geht schneller als 16 Sekunden Wunderbar Der rüstet sich auf Die brauchen wir gar nicht alle Gut 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 Ja, hier oben kommen jetzt die die verdammten. Ach, ja, ach, schon. Sogar hier schon greifen die alle mit an. Ach, das ist doch schon perfekt. So, das reicht schon dann. Die bauen unsere Ressourcen weiter aus. Das ist wunderbar. Dass bald mal Energie dazu kommt, ist wichtig. Obwohl, ähm, nee, warte, kein Stück. Energie haben wir sogar eigentlich schon genug. Alle Rückzug antreten, bitte. So. Die drei Massefabrikatoren kann er noch machen, die drei Dinger auch. Genau, und den Schild, das passt, das ist in Ordnung. Kannst auch meinem Commander helfen. Also, ich könnte den da unten jetzt schon fertig machen mit dem, mit dem hier, aber ich will nicht. Weil danach brauchen wir dann, müssen wir dann irgendwie wieder beschützt werden oder so ein Zeug und dann brauchen wir wieder Hilfe und, äh. So. Minus 60 und minus 2000, das kriegen wir noch hin. Die Verteidigung steht, dann können wir so ein Ding mal bauen. Dann haben wir nämlich direkt eine weitere Superwaffe. Ähm. Was war das? Oh Gott. Wie lange braucht er? Sie. Es. Fünf Minuten. Und für den nur 3,45, obwohl der hier nur 45.000 Leben hat und der hier 99.999. Okay, an dem, an dem Fall braucht es noch mehr Masse, aber weniger. Ach, hier muss ich das nicht verstehen. Alle Palmen erst wegmachen. Das finde ich, finde ich aber cool, dass sie so ein Detail mit eingebaut haben. Oh, oh. Das sind sehr langsame Sachen, die sehr viel aushalten. Da gehe ich mal lieber mit meinem Kollegen hin, hier mit meinem guten Kollegen. Komm, tritt einfach drauf. Okay. Belagerungspanzer, ey, die Drecksdinger. Gehen die einfach mal unter Wasser? Genau deswegen wollte ich unbedingt schnell welche hinstellen. Weil das uns beschädigt wird und das darf nicht sein. So, das hier geht doch umso schneller. Perfekt. So, Airboard weiter. Es bauen alle so schön weiter, wie es sein soll. Die SRM-Werfer passen auch, also die Verteidigungslinie ist top. Wie lange brauchen wir hier für... 12 Sekunden. Ich weiß nicht, warum Torpedowerfer immer so verdammt lange da waren. Oh, ähm, was machst du hier? Ähm, ähm, zurück. Deswegen bereite ich mich nochmal vor. Okay, ich verstehe es. Er hat ja auch experimentelle Einheiten. Das ändert die ganze Situation doch schon mal ein bisschen. Okay. Flugabwehrkanomenboot. Schwergepanzertes Kanomenboot befandelt mit leichten Vierlingslaser und Tskilladrakaden. Das geht doch schon schnell. Gut, dass er unter Wasser atmen kann. So, hier kommen dann SRM-Werfer zu. Dann haben wir hier auf jeden Fall SRM-Werfer technisch alles erledigt. Nach der KTR zuurteilen muss es nach unten noch gehen, nach rechts noch gehen, da nach unten. Könnte noch viel Böses auf uns zukommen. Deswegen bin ich lieber vorsichtig. Aber in dieser Beziehung kann ich mich wirklich 0% erinnern. Nur an unsere Anfangsposition konnte mich noch erinnern. Das war es aber auch. So, jetzt brauchen die nur noch 16 Sekunden und sind im Endeffekt noch schneller fertig als die Torpedo-Werfer. Klasse. Oh. Ja, das ist ein bisschen das Problem, dass wir hier hinten nicht irgendwo dann in ganz, ganz in Ruhe das Ding bauen können. Das muss, glaube ich, auf... Ach so, das kann auch auf Wasser gebaut werden. Wusste ich gar nicht. Ach, der auch. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das gleich gelassen. Wie sieht es denn mit dem hier aus? Das ist klar. Der kann auch unter Wasser gebaut werden. Die nicht, komisch. Den Laser brauchen wir diesmal eigentlich gar nicht. Den lassen wir jetzt mal raus. Ich weiß, der kann nicht angegriffen, nur seine Station kann angegriffen. Okay. Oh, ich dachte, der will patrouillieren hier und kommt auf einmal zu mir. Der, der, heilige, der, nicht der heilige, den heiligen hab ich. Den galaktischen Collage. So, der muss möglichst schnell jetzt fertig werden. Der ist poscht. SRM-Werfer tut euren Job. Der kann das so leicht ab, ey. So, ich schicke mal meinen Commander etwas voraus. Genau deswegen. Der soll direkt mal ein bisschen aufräumen. Genau, weil die ein bisschen stärker sind, soll er die hier direkt mal weitermachen. Ha! Die können wir sogar auch direkt einsaugen. Geil. Zack, 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 zack. Tot. So, der ist auch gleich fertig. Wunderbar. 93 Prozent. Das passt. So, hier wird gleich der nächste gebaut. Der Flugzeugträger. Perfekt. So, unser Kollege hier ist fertig. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann kann sie jetzt... hier hinten noch mal so ein Teil bauen. Danach kann sie... zwei von denen noch bauen. Das heißt, wir können unsere Leute jetzt wieder ein bisschen zurückschicken hier. Die haben wir jetzt ein bisschen mehr in Sicherheit hinten. Den lassen wir mal hier drüber ein bisschen patrouillieren sozusagen. So, der erste ist fertig. Minus 42 und minus 450. Das ist in Ordnung. Das können wir machen. Da brauchen sie nur 50 Sekunden. Bei dem 1,20. Da machen wir die 50. Dafür sind die, finde ich, irgendwie auch einfach besser. Gut. Ich frage mich gerade. Warum fängt man bei der letzten Mission direkt mit Tech 3 an? Ich meine jetzt eher ernsthaft. Das ist doch irgendwie dämlich. Bei anderen Missionen muss man sich so krass aufbauen. Und hier kriegt man direkt alles vorgesetzt. Ich bin jetzt innerhalb von 20 Minuten, wenn ich da...